äh äh raubkatze wie red ich oh shit da ist er oh oh wow 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 no 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 aua ich hab dir nichts getan kollege ey 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 aaaaaaah oh 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 mein gott kommt der hier rüber aaaaaah oh shit shit jetzt so das ist sparta kickmove ins loch rein das ist sparta das wäre auch geil wenn man so ein kickmove geben könnte dass man die weg tritt das wäre auch geil den sons of the force hätte ich den jetzt erstmal hier ins loch reingetreten ich schwör äh oh mein gott nein 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 Junge was war das steck fest Junge ich steck fest ne jetzt sag mir nicht ich muss die kaputt machen um hier wieder raus zu kommen Junge ist jetzt ja wohl ein ganz großer Scherz Abo ich hab ne Idee an den Wagen boah diese 200 eq doch nicht schau mal alter der liegt da aber auch ein bisschen ähm ist das ein Hoden geistert sein brauner Hoden wow 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 halt gleich einfach gesperrt auf YouTube oder was hier ne kack ich hab mir gesagt wenn knossi seven versus wild vier fünf Tage mit Zahnschmerzen durchhält dann kann ich heute auch streamen ich weiß gar nicht wie ich damit umgehen soll mit diesen Zahnschmerzen ich hab irgendwas knurren hören ich bin weg tschüss ich geh jetzt den anderen Weg ich geh den anderen Weg adios nee 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 wirklich schon wieder boah Junge komm her jetzt feiß ich dich komm her du Matschvi komm her ich zeig dir wer im Dschungel ist komm her du ja jetzt rennst du Fifi ne oh shit Junge komm du nachher du ist mein Dschungel ab jetzt ich hab irgendwie das Gefühl ich muss irgendwas tun Junge das schimmelt einfach ah oh Junge ich dachte ich werd schon wieder angegriffen man und ich fall einfach nur um hast du zufällig so einen kleinen Mann gesehen so 1,20 groß Kala Kopf Timmy mal komische komische Bilder denkt er ist Künstler hast du den zufällig gesehen nicht doch hast du gesehen ja wo ist denn der wo ist denn Timmy Junge jetzt verarsch mich doch hier nicht let's go Shit ich hab keine Pfeile mehr oh shit improvisieren oh 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 Junge Junge hab ich mich erschrocken äh äh Raubkatze wirklich oh shit oh oh wow 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 no no nein Aua 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 Ich hab dir nichts getan Kollege ey 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 aaaah oh 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 shit shit oh mein Gott oh mein Gott ich bin ein Kollege Freund Freund oh mein Gott ich bin ein Freund Nein, ich bin noch zu jung, um zu sterben. Oh mein Gott. Junge, willst du mich? Komm her, jetzt gibt es eine Axt. Junge, ich boxe mich mit dir. Oh, da kommt es. Was auch immer das war, ich habe es getötet. Wieder welche. Ja, guck, guck, ihr Schlingel. Er sieht uns, tut so, als ob wir nicht da hingehen. Lauft einfach wieder in die andere Richtung. Ja, ja. Okay, okay. Er guckt noch, er guckt noch. Ja, ja, dreh dich nicht um. Junge, dreh dich nicht um. I'm so sorry. Die tun mir wirklich leid. Die tun mir wirklich immer leid, wenn ich die töten muss. Ja, hallo? Die lebt noch. Die hat mich komplett geflext. Jetzt aber. Die hat einfach noch gelebt. Die hat einfach noch gelebt. Was ist denn los? Noch schlimmer kann es nicht werden. Ist das ein Krokodil? Oder ist das ein Baumstamm? Jesus, das ist ein Baumstamm. Oh, scheiße. Bruder, war nur ein Spaß. Ey, war nur ein Spaß. War nur... Krokodil. Krokodil. Ich häng fest. Oh, Wildschwein. Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Alles jagt mich. Wildschwein, Kroko. Oh, Wildschlange. Noch schlimmer kann es nicht werden. Und Schütz. Adios. Haha. Mach's gut. Hasta luego, Collego. Und er ist mit abgesoffen. Was ist denn hier los? Hier liegt eine ganze Gang. Guck mal, hier liegt noch einer. Die sind alle mit runtergesprungen. Da kommt der Nächste. Trinkst du nicht, Kollege? Äh, was war mit Ertrinken? Ah, da bist du Superman oder was? Junge, er achtet. Er ertrinkt nicht. Guck mal hier. Seine ganzen Brees liegen hier. Die Spinne liegt hier. Wo ist er jetzt hin? Da oben. Ah, jetzt ist er ertrunken. Okay, okay. Jetzt ist er auch für ihn zu spät. Geil. Ganze Cave ist gleich schon fast gefühlt leer. Alle sind einfach hinterhergesprungen. Hahaha. Steh dich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Let's go, oder was? Wer bist du schon? Piffi. Ich hab ihn nicht getroffen. Was tue ich jetzt? Nein, nein, nein. Ich hab ihn nicht getroffen. Fuck. Ich hab ihn halt nicht getroffen. Nein. Junge. Och, er trifft ihn auch einfach nicht richtig. Oh, nee. Willst du mir ihm was sagen? Hä? Was? Was? Was ist dein Problem? Ja, dann hau ab. Guckst du so unverschämt? Was ist mit dir schon wieder? Was schleichst du dich hier so von hinten an, Kollege? Was soll das? Das erlaube ich nicht. So, was ist jetzt mit dir? Hast du auch noch ein Problem? Dann komm ran. Komm mal hier zu meinen Knochenhaufen. Komm mal rüber hier auf den Millimeter. Dann können wir das regeln. So, ich mach mal hier weiter Rüstung. Wenn was ist, melde ich. Er war mich jetzt tot. Miranjas. Ist das nicht bei Hunden, wenn die immer so im Kreis rennen und ihrem Schwanz folgen, dass die irgendeine Zwangsstörung haben oder irgendwas im Kopf kaputt ist oder so? Einfach straight durch. Ohne mich umzudrehen. Einfach durch. Wir gehen jetzt einfach in das Tor. Let's go. Nein, nein. Stier ab, Junge. Komm, friss mich. Friss mich, Junge. Ich box dich. Junge, jetzt bleibst du stehen. Jetzt bleibst du stehen, du Gottverdammte. Warte, ich komm. Ich bin schon tot. Wieder eine Straße. Ah, ah, ah. Junge, sch... Du dreckiges Dreckstieb. Ah, ah. Kannst du das da jetzt drauf tun? Ah, ich werde sterben. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hier liegt auch schon wieder einfach jemand rum. Alle hier am Relaxen. Nochmal die Abendsonne auf den weißen Hintern scheinen lassen. Ja, 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 ja. Der Schlingel. Der wollte doch nur einen schönen braun. Äh, es ist doch ein neuer TikTok-Trend. Den, äh, Anus, äh, Bräunen. Hab ich gelesen. Anus, Bräunen, neuer TikTok-Trend. Ah, ja. Die Leute, ne? Die Leute sind so dumm, Alter. Die legen sich da wirklich, Freunde, so hin. So, so, wartet. Ich versuch, das jetzt nachzumachen. So. Die legen sich da so hin, Freunde. Und bräunen sich dann einfach auf der Liegestuhl im Garten. Das Arschloch, Alter. Was geht ab? Zur Hölle, geht ab. Ah, Leute, Alter. TikTok hat die Welt einfach noch kaputter gemacht, als sie eh schon war. Ich sag's euch so, wie es ist, ey. Äh, da zum Beispiel kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Junge! Pepe, du gehst nie wieder auf den Schrank. Junge, der ist mir einfach in den Nacken gesprungen, wie eine Bombe. Richtig Nackenklatscher von dem gekriegt. Hahaha